Na gut, Freunde. Willkommen zurück zu Doom. Ja. Ich bin soweit. Mach direkt irgendwie nach dem ersten Level eigentlich. Noch eines, was haben wir da? Back again. Difficult. Okay. Was... Jumping crouching allowed. Not allowed, okay. Wäre aber auch schon springen und ducken. Na gut, schauen wir mal, was uns da wieder erwartet hier. Ich hoffe irgendwie mehr Rüstung und Munition als irgendwie davor. Oh, unser erstes Secret aber war irgendwie creepy. Eines von sieben und knappe 300 Gegnern. Auf Wiedersehen. Neh! 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 Merk! ... Das ist echt schade, dass ich mich immer so schwer tue mit den scheiß Secrets, aber ja. Das macht eh keinen Schaden. Ja, wie soll ich das denn wieder machen, ich habe doch keine... Ehrlich? Habe ich mehr gedacht. Ja? 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 Na gut, hätte ich mir nicht gedacht. aber wie kann man ihn denn von dahinten treffen, das ist doch scheiße hier ja, ich darf ihn halt nicht, ne? hier war Exit ich bin wer es Warte mal, ne? Hat doch immer geschossen hier. Na gut. Geh scheiße, haben wir noch keinen Rocket Launcher. Warum nicht? Ah. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. 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 Okay, das war irgendwie auch scheiße. Oh, 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 oh. Okay, das ist scheiße. Oh, 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 oh. Lost Souls-Fall Weeh, das gibt's auch nicht Pfeffer, auch gar nichts F*** Untertitelung des ZDF, 2020 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 Man! Was ist das? Na? Ich Idiote, fuck. Nicht mein Tag, glaube ich, mein Tag. Nicht mein Tag, glaube ich. Das war's. 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 Das hat sie getötet. was wie was scheiße oh mein gott ja schau jetzt hab ich mal einmal getroffen außer das Schalzdinger, fuck you, fuck you unglaublich so aber danke für die Warnung hier wieso komme ich nicht an die scheiß BFG hier wie komme ich an die scheiß Knarre hier wie soll ich zwei Cyberdemons killen oh 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Alter, du stirbst halt mit einem Hit, ne? Untertitelung des ZDF, 2020 Alter, du schaffst das Blechdamage, ne? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Naja. What? Eine Stunde? Drei? Ohl Scheiß. Naja, okay. Aber das ist auf jeden Fall jetzt genug für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.